So, meine Damen und Herren, starten wir mit dem Schweizer Großreich. Das ganz kurz für die Leute, die auf YouTube gucken, weil ich das ja hochlade. Das hier ist auf Twitch live gestreamt und ich werde das Ganze noch auf YouTube hochschmeißen. Fragen im Chat lese ich vor, beantworte sie. Ich mache das aktuell so, dass ich auch einfach alles beantworte, was gefragt wird im Chat. Nicht mehr nur zum Spiel. Und ja, dann würde ich sagen, wir legen los. Wir starten ein neues Spiel. Wir gehen hier ganz, ganz früh. Als Herrscher. Und dann Graubünden. Ich habe schon ein paar Testläufe gemacht, wo wir schon geguckt haben, was ist wichtig, wie funktioniert was. So, hier Graubünden. Mit ihm würden wir dann starten. Er ist geduldig, ruhig und gerecht. Das sind alles eigentlich sehr gute Eigenschaften. So, ganz kurz fürs Protokoll. Das ist die Schweiz. Hier haben wir Graubünden, Zürich, Aargau, Bern. Hier haben wir Nechatel, gehört auch zur Schweiz, Genf. Ähm, ja, das sind die Dinge, die hier aufgelistet sind. Und ich bin ursprünglich, also ich bin ein Schweizer, ich bin hier im Aargau, bin ich geboren. Und derzeit wohne ich hier in Graubünden. Ich bin hier hingezogen. Ist sehr schön hier übrigens zum Leben. Und deswegen starten wir mit Graubünden. So, ich muss aber ganz kurz die Spielparameter noch einstellen. Wir machen Iron Man. Das Spiel wird automatisch gespeichert. Charakter können nicht gewechselt werden. Mehr Spieler ist nicht erlaubt. So, Schwierigkeiten machen wir hier einfach auf Normal. Den Rest lassen wir so, wie es ist. Mir geht es einfach darum, dass hier die Erfolge aktiv sind. Dass wir es auf Schwer haben. Dann starten wir hier mit Let's Go. Denkst du, dass sich die Erweiterungspacks für Destiny 1 noch lohnen? Naja, Destiny 1 wird fast gar nicht mehr gespielt. Äh, so. Ja, wir speichern das so. So. Da unsere letzten Läufe. Also, wir haben testweise schon hier oben in Irland mal gestartet, um die Spielmechanik zu verstehen. Dann habe ich einmal als Graubünden gestartet, das ich ursprünglich hochladen wollte. Habe aber gemerkt, dass ich gar noch nicht so viel Ahnung vom Spiel habe. Dass ich da noch viel mehr Ahnung vom Spiel bräuchte. Deswegen machen wir jetzt diesen Lauf als den korrekten Lauf. Aber die tollen Sachen, die in diesem Lauf passiert sind, will ich euch nicht vorenthalten. Unser Anführer hatte zwei Söhne geboren mit seiner Frau. Und der eine, in den ich die ganze Hoffnung gesteckt hatte, der wurde dann zum Alkoholiker. Damit konnte ich noch leben. Dann hat er aber sich entschieden, mit seiner Schwester zu vögeln. Das ging dann gar nicht. Dann habe ich ihn in den Kerker geschmissen. Im Laufe der Zeit haben wir dann herausgefunden, dass er noch mit drei Rittersfrauen Kinder gezeugt hat. Dass er nicht nur inzestuös unterwegs war, sondern allgemein total lüstern. Und den ursprünglich enterbten Sohn von mir, den habe ich wieder zum Erben erklärt. Und habe ihn dann einfach im Kerker ermordet. Und dann ist mein anständiger Sohn der Anführer geworden. Das heißt, es passieren sehr, sehr tolle Sachen hier in diesem Spiel. Also toll, storytechnisch, interessant. Das ist das, was Crusader King 3 ausmacht. Zudem hat mein damaliger Herrscher vier Frauen überlebt. Also es gibt so Dinge, die passieren halt einfach. Die sind... Es geht mehr darum, eine Geschichte zu erzählen hier. Also die Königsfamilie, die dann Probleme hat und was weiß ich alles. Das ist es, was das Spiel ausmacht. Gut, dann starten wir mit dem Spiel. Ganz am Anfang, wir sind jetzt Herrscher von Chur. Und wir werden von Anfang an ein paar Dinge umbauen. Zuerst mal mein Lebenswandel. 30% Bonus. Und den Lebenswandel, den machen wir. Das ist gar nicht so schlecht hier. Wir starten aber mit Verwaltung. Wir brauchen auf Verwaltung nämlich einen Punkt, den hier, ihr könnt für Druckmittelbezahlungen verlangen. Wir werden nämlich einen sehr, sehr guten Agenten oder einen Informanten holen. Also jemand, der gute Ränkespielwerte hat. Und werden mit ihm Geheimnisse überall an den großen Königshofen rausholen. Und dann die jeweiligen Herrschenden erpressen mit diesem Druckmittel. Deswegen brauchen wir diesen einen Skillpunkt, den wir uns hier jetzt auch holen. So, zack, hier, Einnahmen, zack, bumm, kriegen wir ein bisschen mehr Geld. Achso, um das noch zu zeigen. 1,4, ja. Verwaltung. 1,6. Das heißt, wir machen hier nochmal ein bisschen Bonus. Dann gibt es ein paar grundlegende Dinge, die wir ändern. Wir werden den gesamten Hofstaat, also unser gesamter Rat, den werden wir ändern. Oh, der hat 18, holy moly. Okay, den werden wir nicht ändern, der ist gut. Er ist, er ist jung. Er hat mega gute Werte. So. Leider ist unser Bischof ein Trottel. Es tut mir leid, dass ich sage, aber er ist halt einfach nicht gut. Sorry, Mr. Bischof. Wir werden den Ratsverwalter ändern. Wir werden den Ratsspitzel ganz bestimmt ändern. Den Ratsmarschal werden wir auch ändern. Dann, ich will hier mindestens 17 haben. Wenn er nämlich 17 Werte hat, hat er hier keine negativen Punkte mehr. Hier ist es so, dass es sein kann, wenn ich das auswähle, dass meine Befehlshaber verwundet sind oder verstümmelt oder sogar getötet werden beim Training, dass sie besser werden. Das will ich weg haben. Und wenn er einen hohen Wert hat, dann ist das für uns äußerst gut. 9 ist der einzige, den wir haben. Wir schauen mal kurz am Hof, ob wir am Hof vielleicht die Möglichkeit haben, da was zu machen. Nein. Also, er ist Ritter von mir. Was für Werte hat er? 8. Das ist nicht unbedingt gut, aber wenigstens haben wir einen Ritter. Dann haben wir eine Frau, zwei Frauen, drei Frauen. Das ist meine Gattin. Zwei Frauen haben wir. Okay, das wird jetzt schwierig. Wir haben fünf Ritter, das ist gut. Er hier mit seinen 18 Werten werden wir aber natürlich nicht als Ritter reinnehmen. Wir verbieten ihm den Ritterstand. Das wäre ja, wenn er stirbt, ist es ganz, ganz schlecht. Hey, Sitterne, das grüß dich. Guten Abend. So, dann. Mögen mich alle derzeit nicht so wahnsinnig. Ach so, ja, ich muss noch kurz gucken, ob ich einen Sohn oder eine Tochter habe. Einen Sohn, mein Spielerben. Leo. Leo kann absolut noch nichts, deswegen werden wir ihn einkerkern. Spaß. Wir unterrichten unser eigenes Kind. Also, ich als Vater helfe ihm, ähm, bringe ihm die Dinge im Leben bei. Nun gut, also wir suchen für ihn als erstes mal einen Ehepartner. Das aller, allerwichtigste ist hier jemand mit guten Ränkespielwerten, ja. 20 ist atemberaubend gut. Sie ist eine Amazone, das passt schon. Aber die Werte sind eigentlich relativ flat. Warte, hier hat es auch, sie hat hier 20. Sie verheiraten wir mit ihm. So. Dann kriegen wir eine gute Rats, gute Rats, gute Rats, gute Ratsspitzel. So. Dann verheiraten wir unsere 18-Jährige am Hofe noch mit jemandem, der gut ist. Hier. 17, 17. Äh, wir nehmen ihn, weil er nur minus 4 hat. Wenn wir ihn dann einfügen, dann wird das, hat das noch mehr Vorteile, so. Dann heiraten die beiden. Äh, bei dir suchen wir eine Ärztin. Wir müssen nämlich auch einen Arzt am Hofe haben. Gibt's nicht. Angesehener Arzt gibt's auch nicht. Vielleicht einen Jungarzt. Ja. Zwei jungen Ärzte hätten wir hier. Sie ist mit 35 noch relativ jung. Du musst die Frauen Materialianer verheiraten, sonst ziehen die manchmal zu ihrem Mann. Eine Tatsache. Habe ich bis jetzt noch nie erlebt. Äh. Aber gut zu wissen. So, sie soll dann ihn heiraten hier. Und hier schauen wir, dass wir noch jemanden kriegen mit guten Werten hier. Er ist sehr jung. Ja, wir machen das einfach mal, ne. Also, bei Frauen verheiraten wir sie immer so in der matrilianischen, oh Gott. In einer matrilinearen Heirat, wenn Kinder in das Haus ihrer Mutter geboren, statt in das ihres Vaters. Dann hoffen wir, dass das gut klappt jetzt. So. Äh. Äh. Mein Hof ist grösstenteils verheiratet dadurch. Das ist gut. So, dann können wir eigentlich hier mal starten. Jetzt kommen dann die ganzen Heiraten rein. So. Seid gegrüßt. Allzu gerne nehme ich den Vorschlag an. Gnädigerweise gehe ich mit eurem Höfling den Heiligen Bund ein. So. Das ist unsere Ratsspitzelfrau, die wir geholt haben. Allzu gerne nehme ich die Heirat an. Dö, 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 dö. Ja, er ist jetzt auch bei uns am Hof. Sehr, sehr gut. Seid gegrüßt. Also gehen in den Heiligen Bund ein. Ja, das ist Nummer drei. Und das ist Nummer vier. So. Das haben wir jetzt alle hier am Hof. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Am Theologe. So. Sie hier wird direkt als Hofart eingesetzt. Kostet zwar zehn Gold, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Hauptsache wir haben einen Hofarzt. Ich strukturiere den Hof direkt von Anfang an so um, wie es sich, wie es für mich, wie ich brauche. Okay. So, dann gehen wir nochmal zum Rad. Der hat Stufe sieben. Das ist absoluter Trottel. Deswegen ändern wir das. Anna hier soll das übernehmen. Das ist mir egal, ob er da runterfällt oder nicht. So. Er ist mit 14 okay. Aber ich will trotzdem... Jetzt werdet ihr dann sehen. Der hat jetzt 17. Zack. Jetzt ist er hier ausgezeichnet. Und wenn wir hier jetzt die Befehlshaber rekrutieren, das werden wir auch tun. Dass unsere Ritter besser werden. Dann werdet ihr sehen, wir haben hier keine negativen Punkte, weil er 17 hat. Das ist der Punkt. Deswegen machen wir das Ganze unterfangen aus. Zack. Gut. Dann hier dasselbe. All die Dinge gehen schneller. Sie bringen einfach mehr. Gut. Meine Frau soll mir helfen in der Domänenverwaltung. Nein, das macht keinen gigantischen Unterschied. Dann... 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 Dann machen wir einfach alles. Sie hat keinen immensen Vorteil. Bagmara, grüß dich. Hallöchen. Gut. Dann haben wir das meiste durch. So. Folgendes. Jetzt werden wir am verschiedenen Hof. An den grösseren Höfen werden wir versuchen, Geheimnisse rauszufinden. Das heißt, wir sagen ihr hier mit Geheimnissen aufspüren. Sie soll hier im Königreich von Lothringen, im Hauptsitz. Da wo natürlich auch die meisten reichen Leute sitzen. Also, ne? Hier mit dem Hof. Ja, das sieht man jetzt nicht mal in einem Felskopf. Ist das egal. Auf alle Fälle hier haben wir die Möglichkeit, Geheimnisse über den König rauszufinden. Die haben in der Regel relativ viele Geheimnisse, weil sie natürlich auch aus einem bestimmten Grund an der Macht sind. Die können wir da nutzen zum Erpressen. So. Dann das, was noch wichtig ist. Nummer zwei. Kurze Herrschaft, andere Kulturgruppe, Diplomatie, es im Rat. Müssen wir da gucken, ob wir das irgendwie noch hochkriegen. So. Die Meinung des Bischofs, ja, das müssen wir jetzt noch beeinflussen. Es ist wichtig, dass der Bischof viel von uns hält. Das hat den Grund, dass, wenn er uns mehr mag, drückt er uns mehr Steuern und Männer von den Kirchen ab. Und wir haben auch mit dem, sollten auch mit dem Papst allgemein ein besseres Verhältnis haben und können, glaube ich, teilweise sogar Geld anfordern, wenn wir genug fromm sind. Und auf alle Fälle ist er einfach wichtig, um sicher genug Geld über Kirchen und Aufgebote von Kirchen zu kriegen. Aber wir haben noch keine Kirchen hier. Aber es mit dem Bischof grundsätzlich mal gut zu haben, ist sicherlich einfach nicht schlecht. Das macht einfach von Anfang an schon mal Sinn. Jetzt nebenher eine leckere Pasta kochen, gutes Gelingen. So. Wir versuchen jetzt hier ein bisschen Geld zusammenzukriegen. Und, äh... Mal kurz gucken, ob ich noch irgendetwas übersehen habe. Nein, ich glaube, es ist allgemein gut, ne? Ähm, Entschuldigung. Ach so, bei ihm vielleicht noch kurz reingucken. Gerecht, gnädig, geduldig. Sie ist 17. Hier wird mir wahrscheinlich ziemlich viele... Also, sie sind beide 17. Sie wird mir relativ viele Kinder gebären, nehme ich an. Wir lassen mal ein bisschen schneller durchlaufen hier. Es wird jetzt über längere Zeit nicht viel passieren. Vorschlag abschicken. Ihr seid gegrüßt. Ich hätte gerne, dass euer Sohn und Erbe... Begabten Vormund. Er würde an meinen Hofe ziehen. Wenn ich ablehne, mag er mich weniger. Ich lehne trotzdem ab. Ich will meinen Sohn selber erziehen. Wer wissen, dass er die richtigen Fähigkeiten kriegt. So. Spionageaffäre. Bei der Enthüllung ihrer Pflichten als Ratsspitzel ist Anna auf ein Geheimnis gestoßen, das König... Also König von Lothringen hat. Er hat... Valdra... Valdra... Einer Adliger aus Lothringen in einer geheimen Affäre verwickelt. Das ist gut zu wissen. Mal gucken, ob das ein starkes Druckmittel ist. Ja, für sie ist es ein starkes Druckmittel. Für ihn ist es ein schwaches Druckmittel. So. Jetzt haben wir aber sein Geheimnis, eine Affäre. Wenn wir dann den Fähigkeitspunkt haben, können wir das zur Erpressung nutzen. Wir lassen uns zeittechnisch noch mal ein bisschen schneller durchlaufen. So, so, so. Ach ja. Bevor ich das vergesse. Ich muss bei den Rittern doch noch mal kurz gucken. Nicht, dass das wieder passiert. Oder das ist passiert. Ja, genau. Er ist bei 17. Unseren Mann mit 17 lassen wir natürlich hier nicht kämpfen. Ich bin ja nicht bescheuert. Er mag mich gar nicht, weil wir ihn aus dem Rad geworfen haben. Mag mich auch nicht. Mag mich auch nicht. Verbieten die das auch? Ich weiß, dass ich zu wenig Ritter habe. So sei es. Ach ja. Wir haben in Chur noch das Problem, dass wir hier eine schwäbische Kultur haben. Das ist die falsche Kulturgruppe. Die müssen wir ändern. Das kann mein Ratsverwalter machen. Mit dieser Fähigkeit Kultur fördern. Deswegen haben wir auch einen guten geholt, dass das schneller geht. Oh. Aufspüren beendet. Wir haben noch mal ein Geheimnis gefunden. Bei dem Erzbischof hier. Das Schöne am Erzbischof ist, dass der auch Geld hat. 70. Sie hat leider gar kein Geld. Und der König hat natürlich logischerweise auch Geld. Keine Frage, ne? Nur die Frage macht es Sinn, ihn zu erpressen. So, ganz kurz noch fürs Protokoll. Wir sind in Chur, als Grafschaft von Chur, dem König hier unterworfen. Aber ich dachte, nicht direkt. Haben wir nicht noch ein Zwischen? Ne. Wir sind scheinbar dem Königreich direkt unterworfen, wie es aussieht. Und nicht über ein Herzogtum. Dankeschön für den Follow. Das wird überfallen. Das ist egal. Das sind nicht wir. Das ist in unserem Königreich einfach nur. So, die Meinung verbessert sich. Danke für den Horst. Okay. Ach ja, das ist auch noch ein Ding. Damn. Unser König ist im Krieg mit, ich glaube es ist ein Herzogtum aus Frankreich. Ne, es ist eine Grafschaft. Keine Ahnung, wie die Grafschaft so mächtig geworden ist. Auf alle Fälle, unser König hier ist mit ihnen hier hinten im Krieg. Das betrifft uns nur bedingt, wenn die Armeen unsere, also sie können unsere Armeen auch angreifen, weil wir sind ja in dem Königreich drin. Das heißt, wir sind theoretisch der Feind. Tut er aber nicht. Also der Fokus von ihm liegt auf dem König und nicht auf uns. Wir sind hier relativ safe. Kann natürlich aber trotzdem passieren, dass er sagt, jo, lass mal kurz hier noch plündern und machen und tun und das kaputt machen. Das sind nordische Völker. Die überfallen gerade die Königreiche hier. Das sieht man hier oben. Die skandinavischen Völker hier oben oder auch ein paar im Osten haben die Möglichkeit, das sind sogenannte Stämme und die haben die Möglichkeit, Gebiete zu überfallen. Befehls habe er fördert. Mein Ratsmarschall Teudo Alt. Ich nenne ihn Ich nenne ihn Teudo, okay? Also Teudo hat mir stolz einen neuen Rekruten präsentiert. Er mag nicht viel von, er mag nicht von edlem geblüht sein, wie ihr, mein Lebensherr, aber bei meiner Treue, ich schwöre, Walter, das ist Walter, Walter hat hier drei, ist hässlich, lol. Oder ist Ritter, scheißegal. Ist jemand, den ihr euch an seiner Seite haben wollt. Also, Walter ist hässlich wie die Nacht, er ist aber ein Glaubenskrieger, er ist ein Plünderer, er ist ein Zersoldat, er ist zynisch, ungeduldig und sadistisch. Weißt du, warum du dich anders anhörst, als in den Videos? Weiß ich nicht, vielleicht, weil ich anders spreche, als in den Videos. Er ist ein, er ist ein Kampfgeschick 13, er ist ein guter Krieger. Er soll mir dienen. Das kostet mich nichts und wir haben hier jetzt mehr Krieger, das ist gut, mehr Soldaten. So, Ketzerei. Herzog hat der Welt verkündet, dass er und seine Vassalen vom katholischen Glauben konventiert sind. Ja, nett. In den Videos ist mein Nächsten Showmaster. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Destiny 2. Wieder von mir, ich bin Hexos. Und in diesem Video klingt natürlich anders. So, Ratsspitzel hat ein weiteres Geheimnis offenbart. Ah, nee, doch nicht. Ah, doch. Haha, zwei gegen sie. Sie ist schwanger. Oh mein Gott. Aber vielleicht kann ich den König mit der Schwangerschaft von ihr auch erpressen. Das ist, müssen wir dann gucken. Müssen wir dann gucken. So, Verdacht von Hexerei. blutverschmierte Gewänder, Rabenfedern, seltsam riechendes Gebräu. Dies wird mir von einer Gruppe Dorfbewohner aus Graubünden vorgelegt, als Beweis, dass Jutta in ihrer Hütte am Rande des Dorfes Hexerei praktiziert. Laut den Dorfbewohnern sind ihre finsteren Praktiken Schuld an bösen Ereignissen im Dorf und sie fordern, dass sie hingerichtet wird. Oh ne, Shit. Ich bin ein gerechter Herrscher. Das heißt, ich kann Hexen nicht einfach so verbrennen, weil ich gerecht bin. Das würde mir 35 Anspannung geben. Wir kriegen drei einen Verwaltungsgrund und dafür ist die Bevölkerung fünf Jahre lang aufgebracht. Oder wie setzen sie ein? Das kostet mich aber Frömmigkeit. Das ist nicht so gut. Ja, das ist halt natürlich negativ für uns. Was kann sie denn? Worin ist sie gut? Eine weise Frau. Bildung. Sie ist hübsch. Das ist der Grund, warum sie sie verbrennen wollen, weil sie hübsch ist. Sie sind neidisch auf ihre Schönheit mit ihrem wunderschönen roten Haar. Und dann ist sie noch ein bisschen intelligenter als ihre Mitmenschen, weil sie eine weise Frau ist. Da haben wir es doch. Das ist das Problem. So. Wir müssen jetzt aber natürlich handeln aufgrund von unseren, also wie wir ticken. Ich kann sie nicht verbrennen. Ich glaube, es ist klüger, wenn wir sagen, okay, dann ist halt die Bevölkerung aufgebracht jetzt vorerst mal. Also wie könnten sie verbrennen oder hängen? Ich weiß nicht, was hier der Fall ist. Hexen wurden ja eigentlich normalerweise verbrannt. Also es gibt ja keine Hexen. Es wurden einfach unschuldige Menschen verbrannt, um genau zu sein. Aber hier im Spiel müsste ich mich, also wenn ich nicht gerecht wäre, würde ich mich dafür entscheiden, weil ich dann Frömmigkeit erhalte. Das würde mir hier oben einen Bonus geben. Das wäre ganz gut, besonders wenn ich dann gläubig werde. Aber sie hat keine Fähigkeiten, die ich jetzt unbedingt bräuchte. Ich nehme sie nicht an den Hof. Das sind nur Indizienbeweise. Wie lassen sie frei? Weil wir auch drei Verwalterpunkte kriegen. Seht ihr? Ja, das sieht man jetzt nicht wegen der Facecam. Aber wir haben hier jetzt ordentlich Punkte draufgekriegt. Also hat sich das schon gelohnt. Oder auch ertränken. Ja, genau. Mittelalter war grausam. Ich bin froh, dass ich nicht in dieser Zeit lebe. So. Komm, lass mich hier den einen Punkt noch machen. Wunderbar. Also Lebenswandel, wir klicken das hier oben. Druckmittel gegen Bezahlungen. Jetzt hoffe ich nur, dass, weil er ein ehrlicher Typ ist, dass wir da kein... Also, by the way, wenn ihr mitfühlend als Fähigkeit habt hier und ihr nutzt Druckmittel, das mag der Char nicht. Wir erpressen ihn. Wir erpressen ihn. Gleich mit beidem. Why not? Dann gucken wir mal, wer reagiert. Okay. Nee. Anspannung 30. 30. ja ja daran arbeiten wir ich glaube die erpressung geben mir auch anspannungsstufen wir versuchen da dagegen zu wirken mit festmalen allzu romantisch für das mittelalter wo nicht gewesen sein nein glaube ich eben auch nicht ein wenig denkwürdiger abend bei allem was heilig ist dieses fest ist langweilig mein hart unterwürfiger mitläufer ist einer meiner ritter gehört eindeutig zu den schlimmsten gastgebern der welt wie kann man von gewöhnlichen sterblichen erwarten dass sie diese drüge feier der mittelprächtigkeit ertragen meine blicke durchstreifen den raum auf der suche nach irgendeiner ablenkung ganz gleich in welcher gestalt aus seiner ecke wirft der erzbischof mir bösartige blicke sucht das ist der erzbischof von ihm also ja gut wir haben wir haben abgelehnt dass er unser kind erziehen sollte oder zumindest einer von den bischöfen bei ihm keine ahnung was diese richtung bisher die blicke zu ich muss irgendwas tun damit die lange weil diesen abend mich nicht umbringt also was wir wirklich von euch halten und wir sagen hier mein hart euer fest ist einfach grauenhaft dann mag mein hat uns weniger aber alle anderen höflinge mögen uns mehr es ist total hart wir diskreditieren eine person dass alle anderen uns mehr mögen naja für ziemlich still und leise das kostet mich aber hier prestige oder wir kriegen hier prestige und der hof mag uns mehr oder das beste daraus machen abgehärtete langweine dieser faktor hat sich gehört ein klein gewöhnt für fünf jahre nee wir stellen wir sagen müssen scheiß fest gewesen bro sorry bro und so und der vorschlag abschicken ich darf den kündig eigentlich nicht allzu sehr verärgern ich versagt noch mal nein wie sieht es denn hier aus minus fünf wir müssen als nächstes gucken dass wir dem den unseren könig zufrieden stellen obwohl er ist 63 der stirbt eh bald wie gesund ist er denn noch gesundheitsschlecht ja gut es spielt nicht so eine rolle ob wir jetzt da so tief sind sein haupt erbe bin ich von bayern er wird das dann übernehmen dann ist egal ob er uns jetzt nicht nicht mag für die nächsten paar jährchen das ist latte ich denke er lebt so dass er noch etwa zwei drei jahre und stirbt er so ähm krieger klärt seid gegrüßt graf immuno oh nee möge eure jahre kurz und elend sein lange neid graf wie heißen wir ermenulfo von graf bünden mögen eure jahre kurz und elend sein lange neide ich schon eure land ohne sie in besitz zu nehmen zu können schluss damit die zeit ist gekommen in der ich mir endlich hole was mir zusteht er ist mir weit überlegen warum ist er mir denn weit überlegen hat er ein bündnis mit jemandem der ne so viel mehr männer hat er gar nicht was ist eigentlich die forderung denn was ist denn die forderung die er hat also wir kriegen 72 wenn er seine verbündeten noch dazu holt dann sieht es natürlich schlecht aus für mich wir könnten schnell eine heirat organisieren das ist ein irrtum grafschaft warum haben die denn viel stärke das ist ordentlich mächtig oder wir kaufen uns einfach ein paar söldner dazu das ist auch eine möglichkeit sein po der welt wenn nur er mit seinen männern kommt dann ist das nicht so ein problem aber wenn er jetzt noch den herzog otto dazu holt gut herzog otto ist halt mega weit weg ist herzog otto noch mit jemandem im krieg nein das ist natürlich problematisch wie gehen wir jetzt damit um also wir heben sich immer die armeen aus wir könnten kurzfristig söldner anholen die tirol krieger das wären 755 mann wir lassen mal schnell laufen obwohl die heirat zu organisieren wäre sicherlich nicht übel oder ich suche mir einen bündnispartner wo die frau uralt ist geht das die wahrscheinlich stirbt bevor ich könnte ein paar bogenschützen ausheben zusätzlich ich mache mir nur gedanken wenn jetzt wenn jetzt sankal noch dazukommt mit seinen 138 mann nicht dann wird es knapp dann bräuchte ich fast er wird mir aber nicht den krieger klären wenn ich verbündet in der nähe habe also mein sohn ist zwei jahre alt in fünf jahren ist die frau 40 in zehn jahren ist er zwölf dann ist sie 45 und mit 14 dann es würde gehen höchstalter ach so ne ich kann nicht nach maximalem alter suchen sich gerade nehmen wir das manuell ja ich kann auch unfruchtbar suchen das stimmt schon also ja 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 Das sind aber ganz wenige Männer, die hier helfen können. Wie sieht es aus mit Bären? Du wirst einen Erben, ne? Ich kann noch Alter sortieren. Ach so, hier, ja, okay. Ja, aber die haben alle, die sind alle nicht, da habe ich kein Bündnis mehr. Ich verstehe nicht, warum die mir die überhaupt vorschlagen, total strange. Ne, ich lasse es mal so wie es ist. Er soll hier sich mal bewegen. Eine andere Möglichkeit wäre halt, dass ich sage, ich haue Kriegsvolkregiment raus, Bugenschützen für 55 und die dürfen dann hier fighten. Dann würde ich es wahrscheinlich packen. Wie viel kosten mich die denn? 0,12 im Monat. Ja, sehr gut. Wir müssen uns ja irgendwie verteidigen, nicht wahr? Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Das kostet mich zwar ein gutes Stück, aber trotzdem. Spionagemord, okay. So, ich versuche mit denen noch kurz ein Schrittchen weg zu gehen. Die sollen noch genügel Männer ausheben hier. Habe ich die überhaupt ausgehoben? Oh lo, die habe ich gar noch nicht ausgehoben. Äh. Na ja, jetzt zieht er sich zurück. Jetzt hauen wir ihn mal auf die Fresse. Wenn wir den Krieg gewinnen, dann muss er uns oder so 75 Gold zahlen. Klar, dann sind die monatlichen Einnahmen ein bisschen im Eimer, aber ist jetzt auch wurscht. Achso, ich könnte ja eigentlich die Leute noch erpressen hier. Da will ich aber zuerst noch kurz gucken. Anspannung 30. Äh. Wir pressen ihn. Ne, die Anspannung geht deswegen nicht hoch. Das ist gut. Wir sind zwar ehrlich, aber das ist... Uh, Erpressung abgelehnt. Na ja, dann halt nicht. Dann halt nicht. Oh scheiße. Jetzt kommt er hier noch dazu, ne? Er hat sich direkt angeschlossen? Das ist ja Kacke für uns. Was machen wir dann? Ähm. Manni, grüß dich. Dann müssen wir uns die größte Bündnismacht zu eigen machen. Dann, hier nicht. Okay. Tja, das ist jetzt doof. Reizend, das ist gut. Nein, er hat auch noch zangalm dazugeholt, Niederlage, was soll ich tun, wenig Ritter, sind paar Ritter abgekratzt. Tja, okay, ich hätte lieber die Söldner angeheuert, wäre ja klüger gewesen, wohl oder webel. Tja, jetzt werde ich belagert, jetzt können wir nur noch hoffen, dass mein Verbündeter dazukommt, oder wir genug Druckmittel kriegen, an allen Seiten, ja doch, es belastet mich. Also lass uns jetzt mal, ich glaube ich verließe oder so gerade. Oh, warte kurz. Moment. 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 Was hat er hier eigentlich in der Armee, gucken wir mal kurz, vielleicht kann ich es trotzdem noch drehen, in den Bergen hoffentlich noch, also hier ist ein Pikanierer dabei, äh Sperrkämpfer dabei, entschuldigung, oder? Ne, Pikanierer sind es, ähm... Wenn ich halt über, über meine, über meine Pensum drübergehe, Kämpfen sie schlechter. Noch eine Erpressung kann ich wahrscheinlich nicht durchdrücken, mehr habe ich nicht, ne? Also wir versuchen es mit den Söldnern, das ist unsere letzte Chance. Wir heben alles aus, was wir hier haben. Ich würde sie gerne zusammenführen, Dankeschön. Wir heben alles aus, was wir haben, und gehen in die Offensive. Wir sind in unserem Gebiet, in den Bergen. Das heißt, wir haben dadurch natürlich eine realistische Chance, tatsächlich. Ja gut, jetzt kommt der noch angerannt. Also, die Schlacht ist zu unseren Gunsten, aber er hat so viele Männer. Wir kämpfen so tapf, aber es reicht nicht aus. Wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Na ja, wenn ihr meine Grafschaft kriegt, ist es halt fertig für mich. Ja, mein Verbündeter ist hier. Also, es hat sich gelohnt. Wir sind noch nicht im Minus. Wir haben nur brutale Niederlagen eingefahren, und einige unserer Ritter wurden abgeschlachtet. Alle wurden abgeschlachtet. Aber wir sind noch nicht tot, okay? Wir sind noch nicht tot. Aber es gibt es noch. Es gibt uns noch. Das hier nicht gegeneinander kämpfen, ist sehr schlecht. Ich hebe hier trotzdem mal alles aus. Ups, jetzt habe ich nicht gesehen, was ich geklickt habe. Ein Ratschlag. Ja, normalerweise würde ich hier... Also, ich schlendere durch die Marktständer von Chur und eine schwere Geldbörse zieht mein Gürtel nach unten. Wie setze ich diese Münzen am besten ein? Ich bewundere die Waren eines östlichen Schmieds, guter Stahl, es ist solide investiert. Als mein Ratsverwalter wieder plötzlich an meiner Seite steht, darf ich euch einen Ratschlag geben, meine Lieblingsherr? Seht euch den Stand des Bildhauers dort drüben an. Seine Waren mögen einfach sein, aber das Potenzial ist überwältigend. Ja, dann könnten wir jetzt investieren, aber wir haben Neoli kein Geld. Das heißt, wir versuchen möglichst viele Münzen zu machen, indem wir das wie ein schnelles Geschäft raushauen. Dass er jetzt wieder zurückrennt, das ist natürlich... Hä? Ach so, die sind geflohen. Wir kämpfen gegen die nicht mehr, oder? Gut. Viel sauber befördert. Ja, wir nehmen alles, was kämpfen kann. Natürlich, jeder Mann ist willkommen. Jeder, wenn es Schwert halten kann, darf mitmachen. Ah ja, alles klar. So, ich gucke mal ganz kurz. Theoretisch sind es viele Männer gestorben von den Frauen, die wir hatten, okay? Also, der Mann von Anna ist gestorben. Das heißt, wir suchen jemanden, der gutes Kampfgeschick hat. Ja. So, ins Haus der Frau, dann sollte er auch hier hinkommen, das ist gut. So, dann haben wir sie. Irgendwann steht und lebt noch. Er lebt auch noch. Ein Ehepartner ist gefangen genommen worden. Erdruder ist ein Höfling. Das heißt, wir verheiraten auch den schon mal, oder sie schon mal. Und im Kampfgeschick. Höfling. Das ist ein Knabe, oder? Für wahr, ein Knabe. Gut. Ja, mein Verbündeter ist mit dabei, der hilft mir jetzt hier, ziemlich sicher. Die Heirat ist vollzogen. Die Heirat ist vollzogen. Wunderbar. Den Hof rekrutieren. Bist du fähig zu kämpfen? Zehn Gold. Ja, muss ich nicht, weil mein Verbündeter jetzt hier mit dabei ist. Der will dann meine Seite kämpfen und dann ist es gut. Und ich will meine Männer zusammenführen. Am besten da. Wir warten kurz, bis er close ist. Ne, jetzt kommt Bär noch dazu. Ich glaub' es einfach nicht. Okay, das ist gut. Die Heirat hat sich gelohnt, in diese Richtung. Sehr, sehr schön. Ja, wenig Ritter. Dankeschön. Wir gucken kurz, ob wir noch irgendeine Geld rauspressen können. Nein. Wir stehen hier mächtig unter Druck. Jetzt sind wir im Vorteil. Könnte ich einen weißen Frieden durchdrücken? Nein. Wo ist der, wo ist der König von, Entschuldigung. Ist er in der Schlacht gestorben? Also wie es scheint, ne? Er ist hier. Wenn wir ihn gefangen nehmen, wenn wir das schaffen, dann sieht's gut aus für uns. Führst du gerade Krieg? Ja, ich führe gerade Krieg. Einen Moment kurz. Sind hier noch viele Geheimnisse? 90. Wir wechseln mal an den Hof von Frankreich. Vielleicht haben die mehr Geheimnisse, die man erpressen kann. Es tut zwar meinem Dude nicht so gut, aber ich mach' das jetzt einfach so. Also, es scheint so, dass er ein Problem damit hat. Er ist gerecht. Und Leute zu erpressen für... Also, ist ja nicht so eine gerechte Sache, ja? Und weil wir gerecht sind, mag er das nicht. Wir machen das aber so, wir nutzen das Geld, das wir zur Erpressung raushauen, nutzen wir so, dass wir das wieder investieren in Festmale. Okay? Das heißt, wir veranstalten immer wieder mal Feste, damit er sich hier wieder beruhigt. Wir betäuben uns ein Gewissen mit Alkohol an den Festen, okay? Dafür ist Alkohol da. Ja? Damit man nicht so viel drüber nachdenkt. Das ist Big Brain Move. Okay? Wenn sie sich zusammenschließen, kriegen sie 1000 Mann hin. Mehr schaffen sie nicht. Mehr packen sie nicht. Erpresst doch nur Leute, die auch genug Geld haben. Ja, das kommt noch hinzu. Ich muss immer überprüfen, ob die Leute auch genug Geld haben. Das ist sehr wichtig. Wir sind jetzt hier wieder auf dem Weg. Ich versuche mich hier zu holen. Wir sind schon bei der Hälfte. Das heißt, wir nehmen Zürich ein und dann rennen wir zurück, beziehungsweise die Grafschaft, die Burg in Zürich. Und dann rennen wir mit all unseren Männern wieder hin. Also, wie sieht's aus? Sehr schön. Wir haben seinen Erben gefangen genommen. So können wir den Krieg beenden. Also, wir behalten den Titel, der umkämpft ist und er verliert seinen Anspruch. Er kann mir also nicht mehr den Krieg erklären. Er müsste wieder an den Anspruch fingieren, damit er Anspruch auf die Grafschaft hat. Die verliert er. Er zahlt 52 Gold an uns. Eben verliert den Anspruch. Die Verbündeten teilen den Prestige auf. Wir erhalten 10 und so weiter und so fort. Wir erzwingen das. Wir haben einen Sieg davon getragen. Und ja, das war's. Wir lösen die Armee auf. Jetzt machen wir wieder... Ja, noch nicht vollständig, gell? Wir müssen zuerst... Also, bis die vollständig ausgehoben sind. Eine Affäre. Das ist gut zu wissen. Bis das ausgehoben ist, ja, dauert's noch eine Weile. Gut, wir haben eine wahnsinnig schwierige Situation. Doch ganz gut gemeistert, finde ich. Wir haben alle Hebel noch betätigt, die wir zur Verfügung hatten. Wir haben unseren Sohn verlobt, damit wir das schaffen. Wo will der denn hin? Also, Zürich wird wieder belagert, ja. Das passiert halt schlechten Menschen. Nicht die Zürcher an sich, sondern der Herrscher von Zürich. Der Herrscher hat's verdient. Wenn die Bevölkerung dann unter uns lebt, dann tun sie das Richtige aktuell. Sind sie halt einfach noch bei einem falschen Herrscher. Das ist eben das Problem. Das ist eben ihr Problem. So, am Hofe. Quatsch. Im Rat. Er ist immer noch gut damit beschäftigt. Das ist gut. Der Bischof kann uns immer noch nicht wirklich leiden. Das ist ein anstrengender Dude. Wir gehen hier dann... Ich hab vergessen, noch umzustellen, by the way. Aber hier will ich noch hin. Das ist alles ein bisschen weniger kosten beim Bauen. Ah ja, Manfredo beeinflusst. Und wir haben noch ein Druckmittel offen. Ich will mal kurz gucken. Sie besitzt... ...kein Geld. Er besitzt... ...Geld. Wir nehmen das Geld. Das Geld kann ich zwar eigentlich auch anders nutzen. Aber ich warte noch, bis ich hier noch eins aufsteige. Deswegen machen wir jetzt ein Festmahl, damit wir uns beruhigen. Wenn wir nämlich... ...wenn unser Kind wieder Entscheidungen trifft... ...und ich muss die Fähigkeiten ändern von unserem Kind... ...kann es dazu führen, dass er zu viel Anspannung hat. Und dann dreht er ab. Das will ich ja nicht. So. Das Festmahl beginnt. Das muss ich nicht vorlesen. Alles klar. Es geht weiter. Ich führe mit euch hier schon ein kleines Kügelreich. Ja, das schmeichelt mir. Danke. Ungeachtet die Detikette. Schlägt mir meine Gemahlin, Gräfin, auf den Rücken. Nein, wirklich, ruft sie. Ich tue alles, worum ihr mich bittet. Wirklich alles. Sagt es einfach. Und es soll geschehen. Ihr Atem stinkt nach Alkohol. Aber jeder anwesende Gast hat das Versprechen mitbekommen. Ihr steht doch zu eurem Wort nicht wahr. Schwaches Druckmittel. Gegen meine eigene Gräfin? Gräfin? Herr Gräfin ist zu betrogen und weiß nicht mehr, was sie da sagt. Ach so, ich könnte das ausnutzen. Nee, ich will es mit meiner Frau gut haben. Wie sagte man schon früher? Hat man es gut mit der Frau? Ist das Messer im Rücken weit entfernt? Und die Getränke schmecken nicht so sehr nach Gift. Als das Festmahl im vollen Gange ist und unser Gast geht freudig essen und trinken, trifft Manfredo. Oh, Manfredo ist unser Bischof. Nein, das ist eigentlich nicht unser Bischof. Irgendein Bischof von irgendwo. An meine Frau heran und mich heran, also an uns. Die wir in der großen Tafel sitzen. Welch grandioses Festmahl. Ein großes Kompliment an die Gastgeber. Ja, das haben wir gut gemacht. Nicht wahr? Dann verliert sie ein bisschen Meinung. Aber wir kriegen dafür ordentlich Prestige dazu. Oder, das war nicht allein die Leistung von ihr. Haushaltsbemühungen für fünf Jahre. Hier würden wir noch einen zusätzlichen Ritter kriegen. Naja, wir haben sie nicht bloßgestellt, als sie so viel getrunken hat. Jetzt soll sie uns da auch ein bisschen was zurückgeben. Es lohnt sich mehr. Gut, das Festmahl ist wunderbar. Wir kriegen noch mehr Ruhm. Also, als alle nach Hause gehen, nachdem ich mit Stolz sage, dass das Festmahl ein Erfolg war. Dieses Festmahl konnte nur stattfinden, weil meine Gemahlin so viel Einsatz zeigte. Und als sie die letzten Gäste verabschiedet, überkommt mich ein Gefühl der Dankbarkeit. Das ist das nächste Mal. Also, wir kriegen hier 150 Bonus. Das sieht man gerade nicht mehr, ne? Kann ich das ein bisschen nach oben ziehen? Ja, dann kann ich mich angeblendet lassen. Ich muss mir das angewöhnen, dass ich das ein bisschen nach oben ziehe hier. 150 Ruhm. Jeder Gast. Meinungen. Perfekt. So. Guck an. Guck an. Das ist doch schön. Die mögen mich mehr. Sehr, sehr wichtig. So, in Ruhr ist noch nichts gebaut. Da sind wir einfach noch nicht dazugekommen. Ne? Ähm. Die Volksmeinung übrigens ist noch relativ tief. Das liegt daran, dass... Lösegeldforderung. Absender. Herzog Otto von... Äh. Ja gut. Auch wenn es wertvolles Geld ist, sei es drum. Oh, Spionage. Eine Affäre. Wer erfährt mit wem? Er besitzt kein Geld. Er besitzt Geld. Wir pressen ihn. Er besitzt Cash. Wir pressen nur Leute, die auch wirklich Geld besitzen. Alles andere macht ja keinen Sinn, nicht wahr? Ich führe das Imperium an. Aktuell noch nicht. Aktuell bin ich nur ein trauriger Graf. So. Ich warte hier noch kurz, bis ich hier voll bin. Mit Lebenswandel. Dann hauen wir hier rasch bauen. Dass die Baukosten runtergehen. Und dann bauen wir in Hur. Dann bauen wir Hur mal ein bisschen aus. Sehr schön. Also, Lebenswandel. Ich meine hier Gebäudestufe. Jawohl. Normalerweise kostet dieses Gebäude hier 100. Wo haben wir es? Hier. 100 jetzt nur noch 95. Immerhin, ne? Äh. Wir errichten die Grubenarbeit. Und ich überlege mir gerade, ob ich das jetzt wechseln soll. Ob ich jetzt auf Bildung gehen soll. Oder noch irgendwie auf Kriegsführung. Kampfgeschick. Bei Bildung ist es halt so. Haben wir eigentlich... Oh, bessere Ergebnisse. Anspannungszuwachs. Minus 20%. Ja, ich denke, wir müssen... Weil wir ja... Ein bisschen das mit der Anspannung... Das ist ja ein bisschen problematisch, wenn wir immer wieder erpressen. Ist es vielleicht nicht übel, wenn wir hier in dieser... Ein bisschen auf Gesundheit gehen, damit wir hier kein grosses Problem haben. Das heißt, wir würden... Schwerpunkt Medizin gehen. Also hier kriegen wir halt nur 5 von 25. Hier kriegen wir auch nur 25 Bonus. Auch nur 25 Bonus. Deswegen... Wir gehen auf Bildung. Oder nicht. Bauzeit. Ritter. Das Spiel ist schon sehr komplex zu sein. Ist es auch. Es ist gut. Es ist gut ordentlich. Man muss echt viel wissen. Wir machen Bildung plus 1. Kleiner Bonus auf Gesundheit. Dann leben wir länger insgesamt. Das ist sicher nicht schlecht. Oder Frömmigkeit. Nein, wir machen Schwerpunkte auf Medizin. Das wirft uns zwar hier finanziell nochmal ein bisschen zurück. Von 1.3 auf 1.1. Davon geht die Welt aber tatsächlich jetzt nicht unter. Sagen wir mal, du versuchst immer noch Ritter zu suchen, oder? Ja. Wir könnten jetzt versuchen, einen Anspruch zu fingieren auf... Wir haben aber noch 4 Jahre lang Frieden mit ihm. Bis im Oktober 8.76. Inzest. Inzest könnte gut... Wieder ein Erfolg. Inzest in den höheren Kreisen. Jawohl. Ja. Wir nutzen das Druckmittel gegen ihn. Ich halte 10 anspannend, weil ihr gerecht seid. Ja. Es steht hier drauf, ne? Dass wir mehr Anspannung kriegen. Aber wir brauchen halt das Geld, nicht wahr? Ohne Geld lässt sich nichts regieren. So ist es nun mal. Macht's Bumps. Aber Dank. Danke. Wie lange dauert es eigentlich, bis du hier in Anspruch fingierst? In 23 Monaten wird das abgeschlossen. Er braucht also knapp 2 Jahre. Und wenn wir erst in 4 Jahren wieder Krieg führen können gegen ihn, macht es auch jetzt noch nicht Sinn, das zu machen. Sehe ich zumindest so. Ohne Krieg gewonnen. Ich muss kurz gucken. Effektive Besteuerung. Mehr Kontrolle. Wir machen hier mal, dass schneller gebaut wird. Das beißt auch noch mal ein bisschen monatliche Einkommen. 0,1. Aber das ist egal. Hauptsächlich. Ich weiss, dass der Vertrag gegen ihn ausläuft. Hauptsächlich verdienen wir unser Geld ja durch Erpressungen. Geheimnis auf dem Bad. Besitzt auch kein Geld. Die meisten besitzen halt kein Geld. Deswegen lohnt es sich auch nur, bestimmte zu bestechen. Äh, bestechen. Zu erpressen. Es wird ein bisschen schneller gebaut in Chur. Wir lassen hier die Zeit noch mal ein bisschen schneller durchboxen. Es ist eh, es passiert eh nix gerade. Meine Säldener wurden jetzt entlassen. Fruchtbarkeitsprobleme. Ich habe gesehen, wie Merik Trude, sie ist ein Höfling von mir. Ist sie verheiratet? Ja. Uff. Warum ist das so tief? Fremde Kulturgruppe, persönliche Diplomatie. Aus einem Rat geworfen. Bist mir immer noch sauer, deswegen. Mit allem umgeben könnte, von Engeln bis zu verfallenden Leichen, aber das Unbehagen, das ich jetzt auf ihrem Gesicht sehe, ist mir völlig neu. Als euer Arzt bin ich der Wächter eurer Gesundheit, sagt sie, während sie konzentriert auf ihre Schuhe start. Darunter fällt auch eure Fortpflanzungsfähigkeiten. Ich bin unfruchtbar? Ich könnte euch eine Tinktur fertigen, die euch und eurem Ehepartner helfen könnte. Außerdem habe ich von experimentellen Behandlungen gelesen, die vielversprechende Ergebnisse liefern. Ich bin unfruchtbar? Shit. Erfolgreiche Behandlung. Verpatzt, verpatzt. Für die nächsten fünf Jahre. Erstaunlich fruchtbar. Eigentlich wollte ich nur einen Ratschlag. Ich habe keinerlei Probleme dieser Art. Eine einfache Tinktur. Wir versuchen mal diese einfache Tinktur. Die hat eine 64%-ige Chance, dass sie funktioniert. Hier, ne? Mit 64%-ige Chance, dass sie funktioniert. Fünf Prozent, dass es nicht klappt. So. Ihr habt erfolgreich für zehn Jahre erhalten. So. Wir sind ein bisschen fruchtbarer. Ein bisschen potenter geworden. Mensch. Ne, ne, such du ruhig. Der französische König hat sicher auch noch irgendwas zu verbergen. Und der hat gut Geld. Seid gegrüßt, Graf Emanuel von... Ich habe mit eurem Ratskanzler korrespondiert. Ich muss schon sagen, dass ich euch nun in einem anderen Licht sehe. Vielleicht seid ihr sogar jemand, den ich eines Tages gern meinen Freund nennen würde. Oh, das finde ich aber gut. So, das an meinem Rate verbessert sich. Ich muss mal ganz kurz ihn bespitzeln und... Bespitzeln. Beeinflussen. Wir haben immer noch dieses Ritterproblem, nicht wahr? Ja. Ich gucke noch mal kurz, ob im Hof irgendwelche Frauen per Zufall ohne Männer sind. Nein. Er ist Ratskanzler von mir. Öfling von euch. Sie ist ein Höfling von mir. Also gut. Ich mache mal kurz Pause. Ich bin von 30. Er ist bereits Ritter von mir. Nehmen wir eh noch dazu. Es fühlt sich einfach so strange an, wenn ich hier Kinder verheirate. Das ist einfach nicht so. Sehr gut. Die Heirat wird ziemlich sicher angenommen. Wunderbar. Jetzt haben wir einen Ritter mehr, oder? Er lobt. Gast von Herzog Otto. Ne, der ist jung. Wenn ich ihm gefallen tue, fordert er den sicher irgendein noch ein. Wir lösen das mal kurz ein. Gucken wir, ob wir noch jemanden Größeres erpressen können. Übrigens, wir haben hier harte Druckmittel. Also gegen den König haben wir ein hartes Druckmittel. Das können wir immer wieder mal einsetzen, glaube ich. Ah, ne, stimmt gar nicht. Hier. Starkes Druckmittel. Starke Druckmittel kann man alle fünf Jahre wieder einsetzen. Nur ist das Problem, dass die meisten, die ich hier erpressen kann, kein Geld besitzen. Schön, so ist das Leben nun mal, ne? Zeit gegrüßt, Emanuela von Graubünden. Äh, ne, mach nur weiter. Irgendwas findest du schon noch. Mit wem sind wir eigentlich jetzt hier wieder im Krieg? Hier unten Spanien und Kleinkönigreich. Ich weiß aber nicht, wo das Kleinkönigreich ist. Sei es drum. Wie sieht es eigentlich aus? Sind die immer noch verbündet? Die sind immer noch verbündet mit Bären. Bären fasst halt 488 Männer. Das ist echt viel. Das Bistum hier ist nicht mehr verbündet mit ihm. Worauf fundiert eigentlich diese hier? Graf. Hat sie geheiratet. Er ist 54. Aber ich glaube, seine Gesundheit ist nicht die beste. Ist das wahr? Seine Gesundheit ist schlecht. Wenn er stirbt, ist das Bündnis hinfällig. Dann könnten wir anspruchhaft Zürich fingieren. Gibt es alle Kantone? Es gibt Graubünden, St. Gallen, Zürich, Argau, Bern, Neu-Jatel und Genf. Und dann haben wir hier zum Beispiel Bistum von Basel. Also Basel ist hier mit bei Zürich dabei. Dann haben wir hier Luzern, ist im Argau dabei. Bei Bären haben wir hier Lausanne. Also sie sind alle schon vertreten, aber sind teilweise zusammengefasst in den einzelnen Grafthümern. Ne, nehmen wir nur weiter. Ja, passt schon. So, yes, nice. Also. Das Anwerben von Hofärzten kostet weniger. Behandlungen von Hofärzten haben bessere Ergebnisse. Das ist mal gut. Wenn ich das nächste Mal wieder unfruchtbar wäre, dann wissen wir wahrscheinlich. Ja, das erhöht meinen Prestige. Das könnten wir auch machen, um die Anspannung abbauen. Oh, wait a minute. Sie besitzt Geld. Sie ist zu Geld gekommen. Direkt erpressen. Bam. Jetzt bauen wir in Ruhr noch grünes Land. Also, gib mehr Aufgebote und noch ein bisschen Geld. Du kannst mit einem Druckmittel gegenüber deinem König deine Vasaunbande mit ihm ändern, zum Beispiel. Einen Ratsposten verlangen. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Wir haben derzeit gegen ihn kein Druckmittel in der Hand, also keins des Aktives. Das hier haben wir. Aber ich muss auch gestehen, ich erpresse von ihm lieber Geld. Das ist eigentlich eine totale Farce, dass ich sage, ich erpresse Geld von meinem König. Oh, shit. Also, eine Frage der Bestrafung. Leo kam zu mir und beschwerte sich darüber, dass Gerd Ruth ihn tyrannisiert. Okay. Er fragt, wie man dafür sorgen kann, dass jemand hängen muss. Wow. Wenn man der Meinung ist, die Person, aber er es verdient. Es ist so falsch. Es ist so falsch. Euer Will ist das einzige Gesetz, was zählt. Eigenwillig. Er hätte schlechte Verwaltung. Ränkespiele wäre brutal. Anspannungszuwachs wäre minus 50. Und er wäre natürlich erschrecken, aber es wäre gar nicht gut. Wir kriegen 30. Wir erhalten 30 Anspannung. Er wird feige. Nein, das würde ich sicher nicht. Er wird faul. Please, what? Would? Aber dafür also nicht so viel Anspannungsverlust. Verwaltung, Ränkespiele, Bildung. Also entweder mache ich bei allen Fünfen minus 1 oder insgesamt minus 3, aber dafür auch noch Meinung. Nö. Du bist König, entscheide selbst. Wenn immer gehängt werden soll, dann mach es einfach. Ne? Es wird sicher keine Rebellion geben. Eine besorgerse Regenübersetzung. Als ich die Kammer betrete, um meine Hofärztin Rigtrude zu sehen, finde ich sie tief über einem Buch gebeugt. Diese Übersetzung von Gallen ist grauenhaft, sagt sie mit einem Seufzer. Wenn ich diesen, diese Anweisungen folgen würde, würde ich, äh, folge, würde ich meine Patienten wohl eher töten, als sie zu heilen. Lasst mich mal sehen. Kriegen wir mehr Bildung? Und wir kriegen auf Bildung mehr Bonus. Wäre auch nicht schlecht. Wir erhalten 50, aber das kostet mich 15. Wie gut habe ich es eigentlich mit ihr? Okay, 8 ist okay. Ihre Bildung wird dafür erhöht und wir kriegen 300 Bildung. Dafür geht es um 10 runter für die nächsten 1,2 Jahre. Aber wir haben eh 8. Wir nehmen, wir nehmen die Lebenswandel-Dings. Damit wir weiterkommen. Eine Affäre. Was ist mit dem denn los? Entzündete Wunder, schwer verletzt. Holy crap. Naja, gut zu wissen. Können wir ihn noch erpressen, bevor er stirbt? Gnadenlos. Einfach gnadenlos. Okay. Also der Bischof hier hat Geld. Der wieder presst. Er hat freilich auch Geld, aber nicht so wahnsinnig viel. Wir warten noch. Vielleicht kriegt er mehr Geld. Für 34 Gold will ich ihn nicht erpressen. Nicht, dass meine Anspannungsstufe steigt halt einfach hoch. Das ist Quatsch dann in dem Moment. Wir warten lieber. Da schaltet man ein und das Erste, was man hört, ist, kann man ihn auch erpressen, bevor er stirbt. So läuft es halt nun mal. Jetzt müssen wir gucken, dass wir, also wir veranstalten jetzt eine Jagd. Wir verlieren dadurch Anspannung, darum geht es auch. Also. Wilderei, hier in den Wäldern ist Grafen. Sie kommen eng beieinander, als ich mit meinen Wachen zu ihnen reite und verbergen, damit kaum das tote Tier hinter ihnen. Also die Tiere sind dem Adel vorbehalten. Das waren wir nicht, euer Gnaden. Ihre Klingen und Bögen strafen sie Lügen. Kann man Kanalpunkte auch ohne Kontoangaben kriegen, weil ich habe Affiliate, bin ich sicher. Das weiß ich leider nicht, sorry. Sie werden hängen und ihre Dörfer werden für den Schaden aufkommen. Wir kriegen mehr, aber das Volk mag mich nicht. Ihr scheint mir allesamt hervorragende Schützen zu sein. Die Beute gehört mir, genau wie die Strafzahlung im Gegenzug für euer Leben. Empörte Wilderer. Ne, wir nutzen sie. Wir nutzen sie. So, die Jagd endet. Es hat mich nur bedingt viel entspannt, aber... Das war es schon. So, es ist wieder ein bisschen Zeit verstrichen. Er hat Geld zusammengekratzt. Auf geht's. Sie ist arm, sie hat kein Geld. Hat kein Geld, hat kein Geld, nach wie vor nicht. Okay. Ersten Dank. So. Wir sind im Jahr 1876. Zürich ist... ...nicht mehr verbündet. Sie stehen vollständig alleine da. Wir nutzen die nächsten zwei Jahre, um den Anspruch zu fingieren. Wir holen uns Zürich jetzt. Für wahr, für wahr. Entscheidungen verfügbar. Erstmal veranstalten. Perfekt. Ähm... Das machen wir erst, wenn die nächste Erpressung reinregnet. Okay. Also wenn wir das nächste erpressen können, erpressen wir das noch. Dann kriegen wir hier noch ein paar Punkte drauf auf Anspannung. Wir sind bei 54 Anspannung von 300. Okay. Und dann gibt's ein Festmahl, um das ein bisschen zu beruhigen. So. Wie sieht's hier eigentlich aus? Eine flache Erzmine könnten wir bauen. Aber ich brauche auch noch Geld, um den Anspruch durchzuboxen. Überfall. Sobald wir zum gleichen König gehören. Geheimnis offenbart. Wieder vom König? Das sind alle kein Geld. Wie heißt sie hier? Waldrat. Und... Liebt er eigentlich immer noch? Nein. Das sind... Er hatte doch gewechselt, oder? Sein Vater war... Wer uns nicht mochte, er mag uns auch nicht wahnsinnig. Aber so ist es nun mal. So, ein bisschen schneller. Vielleicht hat sie recht, denn wir müssen doch den Hof verwechseln. Turin. Bayern. Das ist alles wahrlich weit weg. Wir versuchen es nochmal in unseren Gefilden. So. Wir beeinflussen unseren Manfredo. Der Manfredo, der Erzbisov. Versuchen ihn nochmal ein bisschen zu beeinflussen. Ein eher weniger denkwürdiger Abend. Bei allem, was heilig ist, dieses Festival ist langweiliger. Das hatten wir ja schon, ne? Michelt Mittelprächtigkeit, PPP. Was machen wir denn? Mehr ansehen? Oder... Ja, Anstannung wieder erhöht. Vielleicht nicht so gut. Wir stellen... ...Lean. Das ist ein Ritter von uns. Ja, wir stellen ihn los. Wir haben es bei allen anderen besser. Wir sind ja noch nicht... Sie sind, glaube ich, gar noch nicht alt genug, um verheiratet zu sein. Ich wach. Marco zum Beispiel ist bei uns noch nicht mit dabei in der... ...in der Dings hier. Weil sie ist noch nicht heiratsfähig, ne? Das heißt, er kommt erst dann, wenn... ...Gast von uns. So. Ein Lebenswandelpunkt. Wir gehen zuerst mal auf weniger Anspannungszuwachs. 20% weniger. Weil das ist das größte Problem, das wir haben. Oh, Sklavensoberhaupt um Geld bitten. Minus 4. Egal. Damit fingen wir den Anspruch. Wir bauen... Kann ich das eigentlich schon machen? Ah, ne, da fehlt noch Gold. Wir bauen hier die Gruben aus. Na gut. Jetzt haben wir noch genug Geld, um den Anspruch zu fingieren, falls es notwendig ist. Wir haben mehr Truppen als er. Er ist mit niemandem wirklich verbündet. Wir sind wohl auch mit niemandem mehr verbündet. Warte mal kurz. Ach so, doch. Ansprüche. Sie hat gut ein paar Ansprüche, die sie gelten machen kann. Deine Hexe. Hexe, die kein Geld hat. Aber wir lassen ein bisschen schneller laufen. Ich will hier den Anspruch langsam mal durchdrücken. Inspiriertes... Maßhalten. Ein gemeiner D. wurde zum Toder verurteilt. Ich wollte wissen, was mein Sohn und Erbe Leo davon... ...dachte und erkundige mich nach seiner Meinung. Er meinte, er habe daraus gelernt, dass man sich nicht übernehmen soll. Maßvoll ist aber gut. Ein gesundheitlich kleiner Bonus. Wir könnten ihn gerecht werden lassen, aber gerecht ist ein Problem, wenn wir Erpressungen durchdrücken wollen mit ihm auch. Das heißt, wir machen ihn maßvoll. Ich überlege mir gerade, meine Damen und Herren... ...ob wir überhaupt fruchtbar sind. Wir zeugen so gut wie keine Kinder. Wir haben ein einziges Kind. Meine Frau ist nie schwanger geworden. Das kleine grüne Symbol, das mache ich gleich. Vier. Erfolgreiche Fruchtbarkeitsbehandlung. Vier. Vier. Beim grünen Herz steht das nicht. Gesundheitlich alles in Ordnung. ... ... ... ... ... Nein, es ist keine Eigenschaft, die Unfruchtbarkeit hervorgeht. Ich habe auch keine gesehen. Jetzt kein Geld. Die hatten wir alle schon. Es wäre gut, wenn die neuen einfach oben gelistet werden würden. Oh, hier. Ich habe die Geld, das wäre gut. So, dann haben wir jetzt dieses Fest raus. Das Festmahl veranstalten. So, willkommen meine Freunde, willkommen, willkommen. Wir machen viele Feste. Wir erpressen das Geld. So, entschuldige, der Wein, wir haben das nächste Fass geöffnet und er ist schlecht. Der gesamte Wein ist schlecht. Das Festmahl ist doch im Vorgangang, doch ohne etwas zu trinken, wie die Stimm und Gras noch schnell umschlagen. Der Weinhälter sollte noch in der Stadt sein. Wir müssen alle zusammenlegen, kommt schon. Oh Gott, dann kriege ich hier Anspannung dazu. Aber wir kriegen dafür Geld. Hier verlieren wir Geld. Na gut, es geht ja darum, hier Stress abzubauen, nicht wahr? Verlieren wir halt ein bisschen Cash. Wir werden schon irgendwo wieder was uns dazu kriegen. Festmahl, das Dilemma. Das Festmahl neigt sich zum Ende zu und mein Wild-Sufragan-Bischof, mein Fräder ist meiner, und finden uns in einem intensiven Gespräch wieder. Er fragt mich nach der Meinung zum Thema Foliantensammlungen, das ihm selber auch sehr am Herzen liegt. Dieses Thema fasziniert mich ebenfalls. Wir kommen uns freundschaftlich näher. Kein Interesse. Nö, wir, also, ist ja schon so wichtig, dass wir es gut mit unserem Bischof haben, nicht wahr? Das ist das spannendste Thema, das ich je gehört habe. Wunderbar. So, wir erhalten Ansehen, Meinung, das Festmahl endet. Na gut. Der Ruhm ist weiterhin bekannt. Jetzt dürften wir sechs Ritter fassen. Warum dürfen wir, warum fassen wir keine Ritter? Ich dachte, ich würde jetzt noch Anspruch kriegen auf noch ein bisschen mehr Ritter. War gut. Befehls habe er befördert nachhändlich. Hast du jemanden gefunden mit zwölf? Ja, let's go, mein Freund. Ist gut. So, bevor das endet, ich hoffe, ich habe genug Geld zusammen dann. Gegen ein Druckmittel wieder, wieder da. Nein, sie besitzen alle sicherlich nicht genug Geld. So, let's go. 102. Eieieiei, na gut. Na gut, ja, wir sind verschuldet, ich weiß, ich weiß. Ohne drei Männer hat er, die haben 335. Ungläubig, ungläubig. Besamte Affäre. Nun sei es drum. Ja, wenig Ritter, wenig Ritter. Ah, jetzt, jetzt hat er es gepackt. Fünf von sechs. Ist irgendwo jemand weggestorben oder so, wo ich nicht mitgekriegt habe? Er könnte jemanden heiraten. Er könnte theoretisch jemanden heiraten, der vielleicht Anspruch auf etwas hat. Ist auch nicht schlecht. Müssen wir vielleicht auch mal schauen. Flächen, Hure gebaut. Wunderbar. Du wirst schon noch was finden. Wir müssen kurz die Monate warten, bis wir dann Plus sind. Ansonsten kämpfen meine Männer nämlich nicht so gut. Wenn ich den Krieg erkläre. Seid gegrüßt, der Mann. Ich habe mit eurem Ratskanzler korrespondiert, Helferich. Und ich muss schon sagen, dass ich einen anderen Licht sehe. Wir kriegen Plus. Das ist auch, weil wir es mit Helferich, glaube ich, ganz gut haben. Ja, plus 33. Er ist nach wie vor mit niemandem verbündet. Mit 302 Mann hat er einfach zu wenig Leute. Er hat 100 Pikaniere, aber meine Bogenschützen sind gut gegen die Pikaniere. Wenn ich noch an einen Ritter käme, wäre das natürlich ideal. Aber das wird wohl nicht mehr passieren. Spionage, Kannibalismus. Ein Kannibale. Ja, ja, das belastet mich, aber das macht nichts. Zack, bisschen Geld. Wir können ihm jetzt den Krieg erklären. Ich habe ein bisschen Angst, dass er genug Geld hat, um... Ja, guck dann. Er hat 194 Gold. Wenn er jetzt eine Söldnertruppe holt, währenddessen wir Krieg haben, habe ich das einsehen. Okay, dann ist Scheiße für uns. Gott sei Dank, meine Gräfchen ist schwanger geworden. Ein scharfes Auge. Leon schien unsere letzten Festmalle viel Freude bereitet zu haben. Er hört gar nicht mehr auf damit, äh, damit auf, von, äh, den edlen Gewännern und entfunkeltem Gold zu reden, das er dort gesehen hat. Wir können ihn gierig werden lassen. Das ist keine allzu schlechte Eigenschaft als König. Das Problem ist dabei einfach, dass wir extrem viele Malusse haben bei anderen Entscheidungen. Wir könnten ihn stattdessen gesellig werden lassen. Oder lüstern. Ich denke, ich lasse ihn lieber gesellig werden. Ich habe da das Gefühl, da haben wir mehr davon. Äh, das bringt uns zwar ein bisschen Anspannung, aber es ist langfristig gesehen hilfreich. Das ist ebenbürtig. Spionage, Hexerei. Ja, aber Hexen haben ja in der Regel kein Geld. Aber er hat das Geld. Er, der die Hexe angestellt hat. Wir erpressen ihn auch. Dann haben wir sicher genug Geld zusammen für Söldner. Lüstern würde ich aufpassen, sonst vergreift er sich wieder an seine Schwester. Ist ja nicht derselbe, aber ja. In geringer Wahrscheinlichkeit sich Erkrankungen, also es ist weniger gering, dass wir uns erkranken. Wir waschen uns die Hände. Hier haben wir nämlich ähm, massiver Bonus Gesundheit. Da will ich hin. Dann lebt mein Mann mein, äh, mein Schar möglichst lange. Eine fette Zahlung. Jetzt sind wir bei 115. Ich gucke mal kurz, ob wir da seltener anheuern könnten. Ein bisschen Geld bräuchten wir schon noch. Kampfgeschick wurde erhöht. Deswegen haben wir das ja gemacht. Wurde auch erhöht, sehr schön. Perversion. So, ihn hatten wir schon als pervers. Er besitzt ein bisschen Geld, aber das lohnt sich nicht, ihn dafür zu erpressen. Ja. Er ist im Argau, ist pervers. Ich wusste es. Kleiner Spaß. Nun gut. Es wird mich ein bisschen belasten wieder, aber so sei es, so sei es. So. Verbluten. Oh, shit. Ich inspiziere gerade die Krankenstube der Kaserne. Als ein schwerverletzter Soldat hereinbrach, hereingebracht wird. Er verliert zu viel Blut. Wo ist der Arzt? Der Halle ist unerfindbar. Mir läuft es kalt den Rücken hinunter. Ich bin vielleicht die letzte Hoffnung dieses Soldaten. Plötzlich steht wie aus dem Nichts meine Hofärztin Rigtruder an meiner Seite. Sie krempelt die Ärmel hoch und schaut mich an. Gebt mir die Aderpresse. Kriegen wir acht Anspannungen. Da kriegen wir aber Bildungs-Lebenswandel. Ich muss immer noch mal hoch, damit ihr auch das seht. 50. Schließt sich eurem Hofe an. Er ist ein guter Kämpfer. Und darf ich nur acht Anspannung kriegen? Er stirbt nicht, weil wir haben eine gute Ärztin. Oh, wie er aussieht. Der arme Typ. Wir müssen mir schon helfen. Die hat eine 16% Chance zu sterben. Ich lasse ihn looten. Er hat es nicht besser verdient. Wow. Ne, wir nehmen die Aderpresse. Wir helfen mit meiner Ärztin zusammen. Acht ist nicht viel. Wir sind noch nicht über dem 100 Ding drüber. Das ist ein bisschen doof, dass man die Anspannung unten nicht sieht, oder? Ist das so besser? So sieht man die Anspannung unten noch. Ich glaube, das ist ganz gut, oder? Ihr müsst mir einfach Feedback geben, Chat. Wie war mein Urlaub? Der war sehr gut, dank der Nachfrage. So, Aderpresse sagt, boom. Verbluten. Unser Patient schreit und schlägt um sich, obwohl drei ausgewachsene Soldaten ihn niederhalten, ist jeder Schritt ein Kraftakt. Doch Rigtruder bleibt ruhig und schließlich finden wir zu einer stillen Konzentration. Ich bin mir nicht sicher, wie wir es geschafft haben, doch offenbar wird der Soldat das überleben. Das war beeindruckend. Ähm, Hermann, Hermenulfo, dieser Name. Hermenulfo. Wir nennen ihn einfach Erme. Wie heißen Erme? Meinte Rigtruder mit einem müden Lächeln. Es war mir eine Ehre, an eurer Seite gedient zu haben. Perfekt. So, ich bin jetzt befreundet mit meiner Hofärztin. Das ist äußerst gut. Ich könnte ihn hinrichten lassen. Er hat nichts getan. Er hat es von niedriger Geburt. Er hat absolut keine Ambitionen. Wir könnten ihn natürlich auch rekrutieren. Er ist ein unglaublich schlechter Kämpfer. Ey, wir lassen ihn für ein schwaches Druckmittel frei. Brauche ich ihn nicht. Äh. Ich würde für 10 Gold an meinen Hof kommen. Wir haben jetzt aber den anderen Ritter. Also der, der fast verblutet wäre. Ja. Der ist jetzt als Ritter bei uns. So ist es besser. Wow, bless. Dankeschön für das Feedback. Dann sieht man hier unten wenigstens noch, wie weit ich bin mit der Anspannung. Meine Tochter. Eine Tochter geboren. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Wie nennen sie Anna? Ein eingängiger Name. Lebt wohl. Gut. Wir können keine Jagd veranstalten. Gar nichts machen. Das heißt, wir erklären ihm jetzt den Krieg. Er hat keine Verbündeten. Wir haben, gut, ein bisschen mehr Männer. Ich bin mir im Überlegen doch noch. Obwohl, wir machen es abhängig von der Situation, wie es gerade, wie es, wie es dann ist. Gut, wir erklären ihm den Krieg. Gut, wir gehen. Gut, wir gehen. Keine von beiden bewegt sich. Eigentlich müssten meine Männer besser sein als er. Als seine meine ich. Obwohl, ich muss mal kurz gucken, mein Befehlshaber, 17. Entschuldige, warte, ich muss die Armee klingen. Uh, er hat einen ziemlich guten Befehlshaber. Äh... Überlagerung läuft. Er wird jetzt versuchen, uns hier. Aber wenn wir seine... Seine Siedlung zuerst einnehmen, dann haben wir gewonnen. Ich bin... Geheimnisse des Körpers. Ich bin fasziniert von menschlichem Körper und all den Geheimnissen, die er noch immer vor uns hat. Ständig gehen mir Fragen über Leben und Tod durch den Kopf. Es ist schön und gut, Schriften über das Thema zu lesen. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass ich durch praktische Forschung weit mehr lerne. Ich werde an einem Leichnam untersuchen, welche Schädenkrankheiten er im Körper haben. Ortszüge. Womöglich. Körper der Toten werden... Wir versuchen es mal. Es kann auch sein, dass ich mir nur eine Krankheit zuziehe, aber vielleicht profitieren wir auch massiv davon. Geheimnisse des Körpers. Ich versuche, möglichst flach zu atmen, während ich mich durch die beworrenen Massen schleimiger geschwollener Eingeweiden wühle, die aus dem Bauch der Leiche treten. Aber es hilft nichts. Der beißende Gestank der Verwesung erfüllt meinen Lungen und lässt mich würgen. Damit reißt etwas auf und ein Strom zähflüssiger gelber Sekret ergießt sich über den Operationstisch. Was soll das denn bitte? Vielleicht kann sie mir ja helfen. Ich muss mir Leichen finden irgendwie. Entschuldigung. Oh, Son Goku. Also zuerst ganz kurz. DSF, Dankeschön für den Resub. Warum kann ich das Abo-Dings jetzt hier teilen? Ab morgen erst wieder Bridge. Weiß ich nicht. Irgendwie war das komisch. Du hast aber vor einer Stunde gesubt. Und Son Goku, Dankeschön für den Resub. Nach 47 Monaten weiß ich schon gar nicht mehr, was ich schreiben soll. Weiter soll man lieber bleiben. Und Dankeschön. Du auch. Dankeschön, Dankeschön für 47 Monate. Vielen, vielen Dank. So, also, was nehmen wir denn? Sie könnte Meinung von mir verlieren. Aber das ist nicht so schlimm, weil wir haben relativ viel. Diplomatische Herausforderung gegen. Also entweder kriegen wir 50 Bildungs-Lebenswandel. Mit 60%. Oder wir machen einfach Nein, es ist fertig. Und wir kriegen Bildung. Lebenswandel. Aber ich glaube, hier geht die Story weiter. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich runtergehe. Wir reden mal mit ihr. Geheimnisse des Körpers. Ricktruder war nicht sonderlich erfreut, als er von meinen Experimenten hörte. Das ist zwar eine Sie, aber es ist okay. Er weigerte... Sie weigerte sich, mich zu unterstützen, und tadelte mich, dass sich Grafen solcherlei Unterfangen nicht... ...ziemten... Also, dass sich das nicht ziemt für den Grafen. Ja, scheiße. Wir verlieren ein bisschen Ansehen bei ihr, aber das ist egal. Turnierproblemen. Als Graf ist es meiner Himmelsherrung. Was ist eigentlich los hier? Ich führe gerade Krieg. Ich kann mich doch nicht um sowas kümmern. Als Graf ist es meine Pflicht, an einem lokalen Turnier teilzunehmen. Doch die anderen Teilnehmer verschwerten sich. Das Turnier wird frühestens in einer Stunde beginnen. Während ich die grauenhafte Organisation des Turniers beklage, kommt Graf Berthold von Aargau, der ist übrigens pervers, plötzlich auf mich zugelaufen, um mich geradewegs in die Pferdertränke zu schubsen, und dann brechen auch noch all die schallenden Gelächter aus. Wie kann er es wagen? Das war tatsächlich recht amüsant. Er wird meine Rivale. Wie kann er es wagen? Unverschämt. Gar nicht. Geht gar nicht. So. Wir beeinflussen mal kurz meine Ratsspitzelfrau. Nicht, dass wir hier irgendein Problem kommen. Ups. Also Zürich wird wesentlich schneller eingenommen hier. Ich glaube, sie hat wieder so viel gutes Zeugs. Zürich wird jetzt unsere neue Grafschaft hoffentlich. Okay, der ist weit weg. Krieg beigetreten, Ansprüche auf. Zack. Forderung überbringen. Wir kriegen Zürich, also die Grafschaft, Bistum Basel und Stadt Schwyz. Wir kriegen 20 Ruhm. Und die Verbündeten auch. Wir haben keine Verbündeten. Wir erzwingen die Forderung. Und wir haben es uns einverleibt. So sei es nun Zürich in unseren Händen. Für wahr. Also Schwyz hat hier Steinbrüche. Zunfthäuser. Hier drücken wir ein bisschen Geld ab. Das ist ganz gut. So. Das Ganze ist schwäbisch. Wir ändern das zu unserer Kultur. Dann haben wir hier wahrscheinlich noch Kontrolle ist wahnsinnig tief. Wir holen uns die Kontrolle der Stadt natürlich. Da wird direkt das Militär mal hingeschickt. Und dann bauen wir Zürich aus. Höfe und Felder errichten wir. Die bringen uns 0,5 Gold pro Monat. Und das wollen wir natürlich schon. Wir wollen da schon ein bisschen Geld. Herzogtum. Na scheiße. Ich hätte ein Herzogtum ausrufen können. Mächtiger Vassal erwartet einen Ratsposten. 15 ist ganz gut. Aber nicht gut genug. Naja, ich hätte... Da wäre es sicher klug gewesen, das Herzogtum schon auszurufen. Auf der anderen Seite bin ich mir auch im Überlegen doch noch... Also ich weiß nicht, ob es klug ist, schon so früh ein Herzogtum auszurufen, muss ich ehrlich gestehen. Oder ob ich mich als Graf doch zuerst mal so stark festige. Ich meine, wer hat sonst noch Anspruch auf diesen Titel? Anyway, um das auszurufen, braucht man zwei Stellen. Das heißt, niemand kann diesen Titel ausrufen. Nur ich. Okay, das ist Bayern und das ist Lothringen. Ich komme hier nicht rüber. Ich kann hier... Ich könnte zwar Ansprüche fingieren, aber das wäre es dann auch schon. So, Jagdveranstalten. Na wunderbar. Ja, wir müssen ein bisschen Anspannung verlieren, ist wichtig. So, Blick in die Sterne. All die Abende, die ich die Sterne am Himmel beobachtete, konnte ich mit eigenen Augen sehen, wovon ich zuvor nur gehört hatte. Die Sterne bewegen sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und ändern ihre Bahn zu verschiedenen Zeiten, aber offenbar in großen Gruppen, je nachdem welche Himmelskugeln sie angehören. Man könnte mit den richtigen Formen sogar ihre Bewegung vorausberechnen. Mein Freund verurteilt dies natürlich, lasst den Himmel in Frieden. Das Reich über uns ist die Domäne der Priester, das wisst ihr. Wir könnten hier Bildungs-Lebenswandel nochmal 50 Punkte dazu kriegen. Wir würden uns mit Manfredo ein bisschen schlechter, also es würde ein bisschen runtergehen. Aber das ist ja nicht wahnsinnig schlimm. Was kriegen wir hier mehr? Mehr Verwaltung, Bildung und Prestige. Weniger Lebenswandelbildung. Ja, wir gehen da rauf, damit wir auf Lebenswandel noch mehr Punkte kriegen. Ja, ja, jemand ändert seine Glaubensrichtung. Die Jagdbeute. Mein Ritter Walter sieht das Tier zuerst, kann aber nur schwer von ihrer Umgebung unterscheiden. Aber das Tier beobachtet uns aus dem Dickicht. Ich sehe ihn in die Augen und fast scheint es, als könnte es meine Absichten spüren. Denn plötzlich läuft es los. Wir reiten, weil wir geduldig sind. Jetzt aber langsam. Die Klippe sieht steil aus. Nee, wir sind vorsichtig. Bei der Jagd müssen wir nicht einfach unnötig unser Leben gefährden. Meine Welt schrumpft auf die Natur um uns herum zusammen, als wir dem Tier auf einer Flucht durch einen Schlucht folgen. Ich reite an der Seite von Walter und höre den Donner, der Hufe, das Bellen der Hunde, das Schreien der Männer, das Blut pocht in meinen Adern, als sich der Abstand zu unserer Beute langsam immer mehr verringert. Zack, wir bleiben dran. Was passiert jetzt? Weißt du es? Die Jagdbeute. Ich weiß, dass der Schuss tödlich ist, bevor der Pfahl sein Ziel gefunden hat. Als das Tier zu Boden geht, geht seine Todesschrein unter in unserem Siegesgebrüll. Ein guter Schuss. Ja, noch keinen direkten Effekt. Da passiert nochmal was nachträglich. Die Jagd nähert sich dem Ende. Wir sitzen auf und lassen das Jagdgebiet hinter uns, während die Diener unsere große Beute und anderweitig erlegtes Wild für die Rückreise vorbereiten. Solche Jagden sind die reinste Freude. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Das kann ich alle fünf Jahre machen. Also, ich meine nur. Ja, ein Herzogtum auszurufen wäre vielleicht doch keine so schlechte Idee. Da muss man noch das Geld zusammenkriegen. Weil ich kann aktuell anywhere nicht viel tun. Ich kann hier nichts einnehmen, weil das alles zu Bayern gehört. Dann müsste ich Bayern den Krieger klären hier. Und ich bin aktuell in Lothringen mit dabei. Ich kann maximal hier hoch. Und mir hier was schnappen. Aber meine Ambitionen sind eigentlich eher in Richtung hier rüber. Das heißt, jetzt einen Herzogtum auszurufen ist vielleicht keine schlechte Sache. Gut, lassen wir ein bisschen laufen, bis wir wieder Geheimnisse zusammenkriegen. Und das weiß ich alles. Lebenswandel. Wir gehen hier auf Fruchtbarkeit. 30. Damit wir mehr Kinder kriegen, haben viel zu wenig Kids. Dann Gesundheit, massiver Bonus. Zack. Ich gucke nochmal kurz, ob wir irgendwo noch was erpressen können, was mir Geld bringt. Ne, hat sich nichts geändert dahingehend. Es scheint. Vielleicht sollte ich meiner... Ja, vielleicht sollte ich jedoch sagen, sie soll irgendwo anders spionieren gehen. Dann sind die Erfolgschancen sehr gering an den Stellen. 55. Sie soll es hier versuchen. Es ist ein Jarl-Tum. Das ist Standherzog. Er dürfte auch Geld haben. Nun denn. Weiter geht's. Die Zeit verstreicht, nicht wahr? Ich würde hier eigentlich das Furst St. Gallen noch gerne unterwerfen, tatsächlich. Leo wieder wachsen. Nun, da er wachsen ist, endet meine Ausbildung mit Leo. Mit den richtigen Anleitungen kann sogar ein Kind wie Leo, das kaum ein natürliches Talent für die diplomatische Einflussnahme zu haben scheint, doch ein echtes Verständnis dafür erlangen. Dank eines hervorragenden Verständnisses aller Art von Etikette und Vertrautheit, mit allen Formen der Unterhaltung und einer dazupassenden Eloquenz, dürfte er das Leben am Hofe spielend meistern. Er ist ein charismatischer Verhandler geworden. Das ist gar nicht so schlecht. Gesellig, maßvoll. Das ist doch ganz gut. Äh, ja, ja, wir müssen schon noch was finden. Da habe ich mir keine Gedanken. Entschuldigung, worum geht's? Seid gegrüßt. Wer möchte ein Bündnis mit mir? Wo bist du denn? Ein Misch, mein Freund. Hier oben. Mit wie vielen Männern? Truppenstärke von 64. Da habe ich eher das Gefühl, dass er mich in Kriege reinzieht, wo ich gar nicht so viel zu tun haben möchte mit... Oder? Aber nein, wir machen es mal. Ein paar Verbündete zu haben ist sicherlich wertvoll. Und so viele Kids habe ich nicht, die ich verheiraten könnte. Meinung, muss ich erhöhen? Uh! Von meinem König? Ja, freilich. Freilich. Ansonsten habe ich das Problem, dass mir noch Titel aberkannt werden oder so. Das wäre ganz, ganz schlecht. Dann verliere ich nur, weil er mich nicht mag und mir einen Titel aber kennt. 33% ist halt super wenig. So, Festmach könnten wir wieder machen, aber aktuell will ich mich hier zum Herzogdum also rufen lassen. Auf der Insel kriegen wir nur Geld durch Plündern, die meisten haben nichts. Ja, und sie scheint wirklich nichts zu finden. Und der Papst vielleicht? Richtig am Stecken. Das ist ein Feudales Reich. Das dürfte hier nicht gehen. Wir gucken mal hier. Ja, ja, machen wir da. So, ich kann hier natürlich nochmal gucken, ob bereits fünf Jahre vergangen sind bei den einen oder anderen und ich die nachteilig nochmal erpressen kann. Das ist ja schade. Uh, militärische Stärke. Warum hat er so viele Männer, die er... aufbieten kann? Na gut, wir haben 707. Wir sind wesentlich besser unterwegs.